Nur Strompausen überleben. So, springen wir zu unserem Berg. Das wird bestimmt gut besucht. Da werden wir viele Birnen haben, ja. Die Schildblase, was ist denn da? Keine Ahnung. Auch hier, da kannst du dich reinstellen. Achso. Ja. Und dann? Ich bin in einer Schildblase drin. Äh? Dann geht die aus. Irgendwann. Nee, die geht. Das war so lange. Da kriegst du dich verpeiligst. 10 Sekunden kaputt schießen. Das will ich nicht. Das Schild kannst du auch wunderschießen. Hm. Das ist möglich. So, hab ich jetzt hier kriegsgeschmiedetes Sturmgewehr. Ich muss hier hin. 700 Meter. Oh. Hm. Wollen wir mit dem Auto hinfahren? Ja. Da muss ich mal an. Hehehe. Geil. Ja. Kann man machen. Ja. Boah. Das ist hart hier, Alter. Ist das hier, wo ich hin muss, oder was? Naja. Doch. Doch, ja. Abgeschlossen. Mietersdienst. Ich grüße dich, Käufer. Was? Was? Ich habe jetzt eine Legendäre aus meiner Waffe gemacht. Ja, ja. Aber das geht wahrscheinlich nicht mit epischen. Geht auch das einmal, ja. Aha. Ja. Reicht ja auch. Legendär ist doch schon. Ja. Das ist so ein Scheiß, Alter. Da wisst du, dass du jetzt nur noch von legendarem Zeug aus Marke kriegst. Mhm. Ja, gut. Im Ende haben sie eh alle legendäres Zeug. Ja. Können wir auch mal mit davon profitieren. Ja. Da sind wir uns nicht geschissen. Mhm. Wollen wir mitmischen? Ja, ich bin ich wohl geschenkt. Weit weg. Ich bin im Tempel oben. Wir machen uns hier an die Zone und dann passen wir uns ab. stecken uns hier wenn sie kommen das kassler mit der legendären jetzt bin ich ja gar nicht was mit dem bank verstecken der heim sein kumpel hinterm stein okay ich habe gerade gesehen aber gerade gesehen das gerade hinter den stein gesprungen das ist ein bisschen am schatten des baumes das ist nicht gleich entdecken unter lena ist dahin der reunde stein er hat jedenfalls noch die nämlich von hinten posten verachtliche 26 das untersuche zwei was gefängnis zellen das geht ja irgendwo im bunker auf da oben da ist doch in der zone drin schon wollen wir ihn mitnehmen wo ist der kater wo ist der kater da unten ist er da läuft er da können wir auch gleich das auto wechseln flügel zurück er gehört uns der mann ist bei uns komm gleich machen dann los da fahren wir hin ich würde sagen wenn es geht hinten auf dem berg hast du hier noch platten da kommen die was gelbes angeschissen die sehen aus als bräuchten sie ein auto sie nannten uns auch die auto assis bei den autoren die reifen kaputt schießen ja jetzt noch mal schnell irgendwie hier wir fahren mit dem auto und die kommen ja sind immer im kreis jetzt fahren wir gerade mal so ein bisschen raus ja hier vielleicht doch unser kaputtes auto genannt ne das will ich nicht fährt nicht mehr wird überall geballert ja jetzt ganz schön was los aber wir sind erst mal nur am epischen interessiert ja 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 reicht erst mal oder wenn wir noch innen höher reicht erst mal würde ich sagen oder von der übersicht gar nicht so schlecht hier zur not können wir nachher noch da hoch fahren kann ich nicht markieren dann standen wir mal mit dem moped das war ja ganz geil eigentlich Waffen checken dass alle voll sind hoffentlich bringt unser Muskelkater heute Glück ja das letzte mal hatte er aber nicht so viel dazu beigetragen ne das war auch nicht war auch nicht und da unten läuft einer wo markieren auf der straße da unten auf der straße da unten nach hinten ja in die bürge hä was war denn das das ist Antra 6000 jungen das jetzt fängt er an hier bomben zu schmeißen Das ist sie tot, oder ist da unten noch innern, ey? Tja, also er war ja an die Knie gegangen, oder sie, besser ich sag. Ja, ja, der war schon tot, und danach hat er es geschmissen. Mhm. Also muss ja da unten theoretisch innern sein, aber ich sehe nicht. Aber warum rennt er alleine los, oder sie? Sandra 6000. Sandra 6000, Junge. Nimbus 2000, Sandra 6000. Ja, irgend sowas. Ja, da hinten, markieren, markieren. Wo ist er? Wo? Da unten, da. Sehr schön. Der hat gesessen, da war noch ein Auto dahinter irgendwo. Okay. Warten wir das. Mach mal Markierung weg, bitte. Nicht, dass sich einer hinter dem Ding versteckt, und wir sind es nicht. Schüsse. Wie weit kann man denn die Schüsse hier hören, oder sehen? Ja, ich weiß es nicht. Ich sehe nichts, Alter. Und wo ist das Auto, was dahinter war? Das ist bestimmt schon im Bahnhof gefahren. Der Leih sieht immer ein Gespenster heute schon. Einen hinterm Stein, ein Auto. Nee, der war hinterm Stein. Das war auch sein Weg, aber dann war er weg. Ich weiß nicht wo. Und läuft schon wieder so ein geil, gelbes Huhn, Alter. Mhm. Das ist so ein geiles. Geldgeil. Goldgeil. Goldgeil. Das ist ein Dreckshuhn. Schade, dann müssen wir uns vom Berg weg bewegen. Hier so schön. Können wir so schön runterschießen, auf alle. Ja. So, ich gucke mal, wo wir hinfahren. Ja, wir fahren jetzt zum nächsten Berg. Jetzt ist ja nicht. Ja. So rein mit dir. Was soll das doch? Hm. Na, fahr mal lieber runter. Hm. Hier soll das hingehen, würde ich sagen. Hm. Ja. Scheiße, wir hätten noch mal tanken sollen. Hm. Hälfte Sprit ist schon weg. Hälfte rechts, ja. Komm mal hier noch? In der Zone? Hier ist es, ja, ja. Das passt. Genau der Rand. Okay. Ja. Na dann. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ja. Machen wir das Häusel hier. Ich würde noch ein bisschen Munition vertragen. Oh ja, eigentlich ja. Gehne hier. Hm, shit. Hätten wir noch mal Munition holen können von den Typen, die wir erschossen haben. Oh ja. Oh, 150 und 125 Schuss. Das ist nicht so viel. Ich habe bloß bei der Sleifenpistole viel. Hm. Ich habe schon 19. Na ja, gut, muss reichen. Hm. Ach, Mann. Oh, da hinten läuft einer. Ja. Ich muss markieren, ja. Ja, da, da. Ich bin immer im Weg hier. Ja. Ach, dort ja. Jetzt sehe ich ihn. Getroffen. Oh, verraten doch nicht unsere Position. Ich habe er nicht gesehen. Ich glaube ich nicht. Jetzt siehst du noch die Schüsse, wo sie herkommen. Da hinten läuft er. Aha. Siehst du, da geht es nämlich schon los. Wo steht denn der andere? Ich sehe ihn gar nicht. Was ist denn so hinter dem Fenster? Ja. Da kommt ja einer oder wieso schmeißt da hier was? Es gibt uns ja eines hinter vorne, ja. Oh, hier drüben. Oh, das geht immer schön, ja. Okay. Ja, er muss ja hochkommen. Ich habe halt nicht vor der Entspannung. Ja, drüben am Baum sind noch welche bleiben hier drüben an der Zone. Hm. Da habe ich immer einen über den Haufen geschossen. Oh, wow, wow. Ey, sieht gut aus für uns. Ja, noch aber. Wo ist unser Auto? Ja, hier. Ach so. Komm, wir fahren hoch. Oh. Wir müssen hier weg. Wir können hier nicht ganz hoch fahren, Alter. Ja. Ich habe hier geplatten. Ja. Ja. So. Oh, hier kommt der noch geflogen. Ja, ja. Den habe ich. So, den Hammer auch. Sehr schön. Oh, hier. Da läuft noch einer. Oh, man muss nicht schön. Geil. Unten, unten, unten. Oh, ja. Ja, liegt. Da ist dein Mate. Bleib mal links. Jetzt bleib mal einer. Ja. Ja. Geil. Da haben wir es wieder. Ja, das war eine perfekte Position. Ja. Die war richtig geil. Die haben wir immer richtig Glück gehabt, Alter. Sehr, sehr geil. Ja. Zurück zu anderen Bienen. Binkeln. Geil. Ja, rochen. Das ist geil. Das ist geil. Ja, wir haben wieder. Bye. Bis zum nächsten Mal. Immer 30. Da vem. 25. 25. 26. 25. 24. 23. 26.